Tag auch Leute, ich bin Niko Zahre und ich mache heute mein 10 Abonnenten Special, weil ich mich bei euch bedanken wollte und habe mir deshalb überlegt, dass ich doch mal ein bisschen, wie sagt man so schön, die Werbung auf die Schiffe nehme. Ich habe ein paar Werbespots parodiert, teilweise einfach ein paar neue kreiert und habe deswegen für 10 Abonnenten 10 Werbespots kreiert. Manche sind kürzer, manche sind länger, aber ich würde sagen, ihr schaut einfach selbst. Dazu möchte ich noch eben hinweisen, dass natürlich keiner dieser Werbespots ernst zu nehmen ist, dass keines der Produkte, die beworben werden, echt existiert, zumindest nicht in der Form, was es damit gemeint ist, werdet ihr wahrscheinlich noch sehen. Und ja, ich würde sagen, Clip ab! Kaufen Sie noch heute das Anti-Erster-Spray. Es entfernt alle ersten Kommentare unter dem sprühten Video. Kaufen Sie noch heute und Sie bekommen zwei zum Preis von dreien. Das neue Weißbrot aus Ihrer Bäckerei kann viel mehr als nur gut schmecken. Sie können damit auch Ihren Rasen mähen, telefonieren, fernsehen und alles, was Sie sonst noch wollen. Das neue Weißbrot kann alles und noch viel mehr. Sie suchen ein tolles neues Spiel oder eine neue Spielekonsole? Wenn ja, dann sind Sie ja leider falsch. Sie hatten lange Zeit viel Stress? Dann machen Sie doch Urlaub. Wir bieten eine riesige Villa in ruhiger Lage an. Es gibt einen schönen Garten, einen Fitnessraum, einen Kellner und viele nutzlose Zimmer. Der umliegende Wald ist voller Leben und es entspannt, den Tieren zuzusehen. Also kommen Sie noch heute. Sie finden Werbung öde? Das muss nicht sein. Kaufen Sie sich die DVD. Zwei Stunden Werbung sind besser als drei. Die besten Werbeklassiker auf einer DVD. Sie wollen? Tag auch Leute als Klingelton für Ihr Handy? Dann schicken Sie eine SMS mit. Ich brauche diesen Klingelton sofort, also schickt ihn mir schnell zu, weil ich sonst nicht mehr aktuell und angesagt bin und in meinem Leben keinen Sinn mehr sehen würde. An die Nummer P12 Weißbrot Toilette. Der Klingelton kostet nur 50 Cent die Sekunde. Sie wollen in kürzester Zeit viel Geld verdienen? Dann sollten Sie aufhören, dieses Special zu sehen und anfangen, sich einen guten Arbeitsplatz zu suchen. Let's play Heroes of Might and Magic 4. Demnächst in Ihrer Abo-Box. Nur in 2D. Kaufen Sie sich noch heute Ihren Holzblock in Minecraft. Er kostet nur einen Goldblock. Es klingt vielleicht teuer, aber bedenken Sie, was Sie mit dem Block alles machen können. Sie können ihn in eine Truhe legen, ihn irgendwo hinstellen, ihn weitercraften, ihn anzünden, ihn in Lava werfen, ihn in Wasser werfen, ihn in eine Klempfe runterspeisen, ihn verschenken, ihn immer wieder auf- und abbauen und noch viel mehr. Sie sind Klempner und haben keine Freude mehr im Leben? Das muss nicht sein. Wir, die Bosa und Söhne GmbH, helfen Ihnen, aus Ihrem Alltag zu entfliehen. Für nur 2000 Münzen entführen wir eine Prinzessin, die Sie dann retten können. Sie dürfen sich sogar den Ort frei aussuchen, an dem Sie die Prinzessin retten dürfen. So können Sie Ihren Urlaub gleich mitgestalten. Und das Beste ist, die Prinzessin erfährt nicht, dass Sie uns dafür bezahlen. Dadurch werden Sie sogar noch als Held gefeiert. Also rufen Sie jetzt an.